Musik Musik Auch für den Normalen, der keinen Garten hat, also für den Balkon, für zu Hause, man kann sich viele Eindrücke holen, Dekorationen holen. Man kann hier gut beraten werden. Es ist bunt, es ist frühlingshaft, das ist auch schön bei diesem Wetter. So ziemlich alles, was das Gartenherz so sehen möchte. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Es ist ein großes Angebot da. Sei es Gartengestaltung oder Pflanzen. Wir sind angenehm überrascht. Und auch dieses Jahr hat sich das bestätigt, dass eben auch die Berliner etwas Individuelles haben wollen und nicht die normale Massenware. Es verändert sich ja auch jedes Jahr immer wieder alles. Und jedes Jahr sagt man, das könnte man noch machen oder dies könnte man noch machen. Ich finde es traumhaft. Ich finde es wirklich traumhaft. Hat sich gelohnt. Nächstes Jahr kommen wir wieder.